Alright Freunde, wir haben ja gestern den dritten und den vierten Tag geguckt. Er ist jetzt in London und heute geht es zum nächsten Tag. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Falls ihr gar keine Ahnung habt, worum es geht, der Mann versucht von Paris wieder in die USA zurückzukommen mit einem Penny. Und er ist aktuell bei Tag 5. Let's go. Oh ja, und er hat über 10 viel Bank gemacht beim letzten Mal. Und er hat schon alle Tickets gebucht. Übelst geil. Das einzige Ticket, was ihm jetzt auch fehlt, ist das Ticket in die USA, bro. Dann hat er das. Dann hast du so 200 Pounds. Ich bin gespannt, woher jetzt das hingeht. Wir sind am vermuten, also wir haben gestern, als wir die anderen zwei Tage geguckt haben, haben wir vermutet, dass er wahrscheinlich nach Island fährt oder fliegt. Gucken wir mal, wir schauen mal. Ja, okay, wir gucken das am selben Tag wie gestern. Ich habe mir ein anderes T-Shirt angezogen, okay? Es ist derselbe Tag, wie die letzte Reaction, die ihr auf YouTube geguckt habt. Okay, boom, jetzt habt ihr die Wahrheit. All right, deswegen schreiben alle Fake rein die ganze Zeit. Ich habe hier gerade extra das T-Shirt gewechselt. Es ist Fake, okay? Es ist derselbe Tag. Es ist derselbe Tag. Es tut mir leid, ihr wurdet angelogen. Und ja, ich werde morgen das nächste Video gucken und ich werde morgen auch wieder das T-Shirt dann haben. All right? Es wird passieren. Oh mein Gott, er hat sein Poster, was er gekauft hat, vergessen. Okay, aber safe. Bro, ich will nicht wissen, wie viele Mädels vor dieser Garage ein Bild gemacht haben. Das ist so ein richtiges... Hey, ich habe gerade ein blaues Outfit an. Das passt perfekt. Äh. Lisa, mach doch mal ein Foto von mir. Äh. Bro, 100%. Fäger. Bro. Auch mit dem Spruch. Das Ding ist eigentlich mit dir genau das. Ich auch in London, Bro. Warte mal, es gibt dieses eine Bild von mir. Das bin einfach ich, Bro. Sogar in London, Junge. Scheiße, Bro. However, it takes off in two days. And I need to make enough money for the flight, transportation, food, sleep. And I am no longer protected from the Great Reset, which makes me sick to my stomach. Ich glaube, er kriegt heute am Ende der folgenden Great Reset-Chat. Ich bin mir ziemlich sicher. Es muss mindestens eine Person gegeben haben, die heute oder in dem Tag 6 ein Great Reset eingeknallt hat. Und das wäre in Ferry. Das würde ihn so krass zurückwerfen. How am I gonna do this? Well, here is my game plan. Falls das hier gerade eure erste Folge ist, er ist dann wieder auf einem Penny. Step one. I'm gonna go to some cafes and ask them if I can wash dishes. My UK friend said that weekend jobs are popular here and it's the weekend. But he kind of misled me about the recycling. So I don't know. Our friendship is on the night. Step two. I'm thinking forward to this. But I'm gonna tell jokes at the park. That's why I got this poster board. I'm gonna make a big sign that says jokes. I feel like it could be successful. It's been successful historically during the Penny series. And worst case scenario, step three. I'm gonna sell water like there's no tomorrow. Because if I can't get this plane ticket, there isn't. This is basically the breaking point of this series. If I fail today, I'm not gonna make it home in seven days. So that being said, let's go wash some dishes. Oh no. Hat der irgendwie gesagt an irgendeinem Punkt, was er macht, wenn er es nicht in sieben Tagen schafft? Oder macht er dann einfach weiter? Er macht dann einfach weiter, oder? Loki hoffe ich, dass er es nicht schafft. Weil dann haben wir mehr Folgen. You know? Das sag ich ihm. Oha, chill mal. Chill mal. Und wir müssen übrigens immer noch hoffen, vielleicht haben wir Glück in Tag 6, dass unsere Donation vorgelesen wird. Mal gucken. Wir haben, als wir gestern reaktet haben. Ja, es war heute. Shut the fuck up. Als wir heute reaktet haben, also gestern für euch, die YouTube-Zuschauer, haben wir 5.000 Dollar gespendet. Und die wird dann demnächst angezeigt. Ich bin sehr gespannt. Okay, er versucht jetzt Witze zu erzählen. Und wenn er die Leute zum Lachen bringt, dann... Dann, äh, kirkert. Sollen wir es nochmal ohne den Röpser machen für YouTube, Bro? Egal, schluss auf. Scheiß drauf. Im März, ich fängt das jetzt nochmal. Ja, aber cool, okay. No worries. You guys have a great day. Thank you so much. Ist halt unauthentisch. Ist es sowieso. Do you guys need dishes done at all or anything? No. Let's try another one. I was actually gonna ask if I could possibly do dishes for money. He wants to do dishes for money. Just knock them out real quick. I'm the best in Europe. You already have somebody who doesn't... I know. I was gonna say, she's actually doing a great job. Ja, das sieht nicht nach so einer guten Strat aus irgendwie. Also irgendwie, wenn ich ein Restaurant wäre, würde ich jetzt nicht irgendeine fremde Person die Teller waschen lassen, oder? Ah, ist witzig. Wegen meinem Nachnamen. Mega funny. Oh, man. Dicker, aber er geht erst bei Domino's, Junge. Little Bro ist ja komplett verzweifelt. Was geht jetzt ab? Der Mitarbeiter, Bro. What the fuck? Bro, das ist die schädesteste Strat bis jetzt. Das ist die schädesteste Strat. I struck out ten times at the cafes and bars. I kind of just need to make decisions and move on if something isn't working. Die Strat war so shit, dass er versucht hat, Exits zu changen. So, I'm gonna go do the jokes now. We're gonna go do the jokes in the park. Hopefully it goes well. Running out of daylight. My hair looks crazy. Look how sick those taxis are. With the buses in the back. Vibes. Ah, natürlich. All right, guys. Here's my sign. British jokes. I bet you one pound. I can make you laugh. I'm doing British jokes. I figured it's like a better experience than just regular jokes. Kind of researched a list of some of the top British jokes. I don't get over half of them. Like, I really just don't understand them. But baby, people here do. So, here goes nothing. A man walks into a bar and says, YAUCHI! Oh, no. Oh, no. Oh, this is cringe. I'm like being repelled right now. I could go closer to the crowd and make it look like the crowd was attracted by me. Let's go this way. So, I was talking to my gym instructor the other day. I was signing up for a class. He said, how flexible are you? And I said, oh, I can't do Tuesdays. She gets it. So, I went to this hotel the other day called The Fiddle. It was a really violin. I don't even understand half these jokes. A skeleton walks into a bar and says, can I get a cider and a mop? Why he doesn't say that? He doesn't have intestines. I said, oh, I can't make Tuesdays. I don't get it. Cheers, bro. Thank you. It slept like a log last night. Ended up in a fireplace. Why didn't King Charles get wet? Why? Because he's a reigning monarch. That's good. It was a real violin. I appreciate that. It worked on British people. That's actually hilarious. Oh, thank you so much. Bro, I'm a bank. Oh, bro, cheers. Oh, thank you, brother. What do you call a fish with no eyes? Oh, God. I don't know. Oh, psh. Oh, my God. Oh, cheers. Why did King Charles get wet? Because he's the reigning monarch. Digger, er hat einfach von dieser 5-jährigen den Joke-Stil. Cheers. Oh, yeah. He got pulled away. A bloke walks into a bar with a roll of tarmac under his arm. He says, hey, can I get a pint and one for the road? Oh, man. Ist das scheiße. So, order a chicken and egg on Amazon? I'll let you know. Hä? Why couldn't a sunflower ride its bike? Because it lost its pedals. Thank you so much. Was hat das für den goofy Lachen? Oh, man. Oh, man. We have the entire country of South Africa right here. Ja, nur die wohnen da. Why did King Charles get wet? Because he's the reigning monarch. Oh, es ist unangenehm, bro. Holy shit. Die donaten alle und keiner von denen hat den Joke verstanden. I'll give that to Mr. Beast. Oh, thank you, guys. So nice. Thank you. That's amazing. What did the pirate say when he turned 80? I am 80. Was? Hä? Hä? Hat er die Angestellten auf einmal oder was? Was geht denn jetzt ab? Bro. Hey, Trotz. What do you call a fake noodle? An impasta. Oh, man. Thank you, guys. An impasta. Most of the time it's awkward laughs. Well, that was pretty good. That was pretty successful. We're gonna go to a different location. I think I'm kind of the laughingstock of this area. I just told the joke to the entire population of London. Every person here just did like three hours of jokes. I'm gonna go find a place to count our spoils. Look at that bucket. There's so many coins in there. It's mostly coins. Oh, maybe I can count my money down the suspicious alleyway. Okay. All of a sudden, there's so many people here. I'm nervous to count the money. I'm gonna do it. 200 Pfund hat er. Ich hoffe, dass Dave dieses Trading-Video mal macht, was er machen wollte. Also nicht so, wie er jetzt gerade Porsche-Trader hat. Also ich muss immer an Dave denken, wenn ich Try and gucke. Ich fände es übelst geil, wenn Dave so ein Video machen würde, wo er von einem Cent immer so hochtradet. Oder von einem Stift irgendwie zu einem Haus oder so. Das wäre so geil, wenn er das machen würde. Okay, so I just counted all of our bills and our coins. Forgive me for not counting them in public. I just can't find a public place. London is huge and it's packed. We have 12 US Dollars, 10 Euros, 40 Pounds in Bills, 200 Rupees, 35 Pounds in Coins and 17 Euros in Coins. Yo, I just added it up on Google. 211,93 Euro. Na, Bruder, lass doch weg. I still need to make a little bit more, but I can't believe it. I can't. Guys, look how beautiful this is. Taco Bell. I'm gonna get some Taco Bell. I'm going in there with my Coin Bucket. It looks so funny. Oh yeah, that's the value. That's the value. Coin Bucket. So. Would you say that the beefy nacho cravings... Er könnte so viel günstiger essen. Okay, are there any vegetables in there? No vegetables. Perfect, I'm scared of vegetables. Two of the beaten half of the baby's food. Scheiß Anfall. That's the value. Dünn Schiss, bro. Thank you so much. This is the prettiest background of the series. I think we can all agree on that. I have to sneeze. Yeah, that's very nice. Oh, this looks amazing, dude. Oi, bruv. Das sieht so ekelhaft aus. We don't have this on the menu in America. Das sieht so low aus. Other things about Europe that just makes sense. Their currency is fun. It looks fun. Five dollars in America. Five pounds in Britain. Five euros in Europe. They're just fun. I like the colors. I like the different sizes. Also, hostels. I got such good rest last night. Oh, er braucht noch einen Hostel. True. I'm gonna eat this other burrito. Ich glaube, er braucht so 230 oder so. Dann hat er es. But I will say, we need to make about 20 more quid. I recently found out that they say they also call money quid here. It's like a cool way to say it. I'm gonna go try to make those 20 quid. Well, guys, we came to this park. I was gonna tell jokes, but I feel like it's not very busy here. I fasted a water fountain, and it was packed over there. So I think I'm gonna walk back. Watch this transition. What? Dina. Okay, ready? Yeah. We made it. This is our home stretch, guys. Look at all these people that want to laugh. Willst du bitte, meine Freundin, fast mal grüßen? That's genuine joy. Oh, cheers. Thank you so much. Oh, sweet. Do you want some change? Oh, are you serious? That's like 15 and a half pounds. Easy. Digger, er isst nicht mal mehr. Er isst nicht mal in Niederlande, Digger. Ja, man, isst ja dumm, Alter. Oh, Digger. That means let's get it in Dutch. Guys, we gotta go somewhere. Come on. We gotta get out of here. Guys, I just have to go somewhere and dance. I just have to go. I have to celebrate and dance. Digger, was? Dancing for pounds. I can't stop monetizing. Good evening. Sorry for the jump scare. Doesn't this look like a movie? It looks like I'm in a movie. Hey, have you guys heard about all the gunk going around? I can take care of it. Guys, I'm kind of like on a sugar rush, except I haven't had any sugar. It was just mild salsa from Taco Bell. I'm feeling crazy. I'm feeling goofy. I'm feeling silly. And that's because I think it's safe to say that... Er so goofy. Yeah, yeah. Aber ich liebe das. Ich liebe das. I'm done making money in London. I'm going to show you something crazy. It's a lot of money. It's a lot of pounds. I also have like 50 pounds of change in my pocket. It's heavy. It feels weird. I don't love it. Yeah, it's ticket kaufen. Ticket kaufen. Before it's too late. Flights to America. Oh, shit. Flights in Amsterdam were better. And London, we're not bad. Around 350, 400 US dollars. Well, I found the absolute cheapest flight to America. It's not Austin, but it is to New York. And in British terms, it is 200 pounds and 11 pints. Or about 254 US dollars. Out of country number four. And my friends, I just... Oh, shit. I'm going home. I'm doing a jig. Bro, crazy wie schnell er war. That was a blur. But it's not over. Put the flags back on the screen, dang it. You see the American flag? That only illuminates if I get there. Make it black and white. Thanks, Zach. Good job. That's actually very exciting. Kind of dispensable. We've got the tickets to the next country. We've got the tickets to America. But now I only have 23 pounds and 64 pence. And I have two more days where I have to figure out transportation, food, I need to be wise, I need to be smart, but one thing is for certain, I'm getting out of London and tonight I'm catching a train to a new country. Oh, neues Run-Chat, aber ich glaube, das werden wir heute noch nicht sehen. Also, ihr in der Reaction werdet es gleich sehen, aber ich werde es erst morgen sehen. Aber ich werde es euch verkaufen, dass es heute ist. Ist eine lange Geschichte, Freunde. Wir faken alles auf YouTube. Ihr werdet komplett verarscht. So long. I'm getting out of here in London. Gonna miss this place. Not gonna lie. Damn. Imagine, er erwischt den Flug nicht, bro. Imagine, er erwischt den Flug nicht. Das wäre der totale Bruch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für so big content. Stell dir vor, jetzt am Ende des Tages kommt ein Great Reset und er kann sich irgendwie den Zug irgendwie nicht leisten oder sowas. Ich glaube, ich glaube, er schafft es. So long, London. Made it to the station. Houston Station. I'm taking a train from here in a couple hours. Das wäre ein totaler Ryan-Fall. Ein bisschen Snack. Go find ein bisschen Snack to grub on. Snacks, bitte, don't be overpriced. Okay, they're a little overpriced, but that's okay. Give me something for a pound, baby. Okay, forgive me, guys, but I'm gonna treat myself. What are you? I love Skittles. Immer diese YouTube-Bund. Immer diese hier. 109. Give me that. It's like a reward. Boo. Sorry. Giant bag of Skittles. Almost gone already. Off-cam. Started ravaging off-camera. Can you see the sheer size of that? I have really... So, ich sage euch, wie es ist. Skittles sind overrated. Boom, komm, roset mich doch. Mach's doch. Big hands. Nachdem ihr meinen Wein-Gum-Tag nicht gefühlt habt. These are definitely giant Skittles. Wine-Gum sind auch scheiße. Anyways, guys, we have 22-pound-and-55-pence. I can't wait to not have to say pence. Britton, I love you, but you don't make any sense. So I'm in an okay spot. Obviously, I have two days to finish this challenge. So I'm going to have to make this last. Even though I may have that now, I'm no longer protected from a great reset. I stretch for 20 minutes to be able to do that. If you guys don't know, this whole series, the entire point of the series is to raise money for water.org. Our goal is 100.000. We're blowing past that and we're running. Okay, wir checken jetzt was von Donations. But I'm also excited. Oh my goodness. Da können wir sein. Da werden wir sein. Oh my gosh. So far, we have raised 160.000. 790.000. Also, nicht in diesem Tag, aber demnächst. $8.000. I can't believe it. We must have gotten some big donations. We must have. The windowflyer.com. $5.000. Scheiße, ich hätte Werbung machen können für irgendwas. Ach, ich habe nur meinen Namen reingeschrieben. Wie low. I love when we get .coms in here. Promote the business, guys. Do it. Boring Mattress Co. $7.000. We got a mattress company donating. Ishida Kiyosaki. $9.001 donation. That is not quite top donor level, but that is number two. Thank you so much, Ishida. The amount of generosity I'm saying. It's not even just these big donations. It's the everyday person watching, donating $5. Every $5 we raise, gets one person lasting access to safe water and sanitation. It's incredible work that we're doing together. I'm so grateful to be a part of this. Wow, er hat hier so einen up-to-date count. Er ist bei 351k. So nice. So nice. Alright, alright. Fürs YouTube-Video ist es immer noch derselbe Tag. Ich habe mich nur sportan für euch extra schick gemacht. Und habe jetzt ein Hemd und eine Fliege an. Oh man. Oh man. Ich kann es nicht fassen. Alright, let's go. Oh ja, und der ist in dem Ort, wo wir dich wissen wollen. Es ist egal, wie ausgeschraubt. Ich bin immer irgendwelche Wesen. Yay, ich habe Euros wieder. So, ich bin auf einem Trainern letzte Nacht. I got off, got on another train, saw the ocean I need to cross to get home. And now I'm about to get on a ferry. But first, more... I'm gonna go get some food. Cute. Ich meine, wenn du mit Zug gefahren hast, dann ist er wahrscheinlich in Irland irgendwo, oder? Ich dachte, er ist in Island, aber ich glaube, er ist in Irland. Hmm. Can I get a latte and a sausage thing? 440. Yummy. Sausage, Pastry, Latte. I need to start bugging like that. I'm going to march on this so quickly. And then I'm getting on a ferry. Chef, wir müssen hoffen, dass er unseren Namen vorliest. Ich habe 5000 Dollar dafür gewastet. Ich meine, technisch gesehen ist es nicht gewastet, weil es ist für einen guten Zweck. Aber wir müssen hoffen, dass es passiert. Guys, look at this. Hallo. Who are you? You want sausage? Oh, he's trying to eat it. There's window. There's sausage. Oh. I can't tell if he wants sausage or if he wants me. Are you a nice bird? You want sausage? I can't tell before. Oh my gosh. Oh my gosh. This is nice. This is nice. This is so hot. Here we go. So cool. Boah, er fährt nach Island, oder? Hey guys, ich bin auf der Ferry. Lots of people in here, potentially watching me talk. Okay, also jetzt ist er gerade in Ireland. I could fall over at any moment. But as you know, tomorrow is my last day to get to America before the one we cut off. Sorry. Hard to balance on here. My flight home is booked, but I still need to find a place to sleep tonight. Nein, Junge, ich habe nicht Ireland gesagt. Shut the fuck up. Transportation and food. So, here is my Gamesland. Man, this is gonna be fun. Step one, enjoy the ferry ride because I'm from Texas and how many times do I get to ride a ferry? This is so embarrassing to film. Step two, when I get dropped off the ferry, I'll be in another country, where I'll need to locate a man. But not just any man, a man named Fion. If you watched my series last year, in episode one, I was struggling to sell water, when I ran into my first of many generous humans. Okay, das habe ich nicht gesehen, was war da? Hey, excuse me. I kind of saw these waters, I'm struggling to have a good sales pitch. Ähm, so are you looking for me to buy one? Oh God, I mean... Is that the plan? I mean... No, I support you 100%. Thank you very much, dude. What's your name? Auf süß, auf süß, Chad. I'm Ryan. Nice to meet you, Fion. Dude. I can give you about 10 Euro. We have a deal. Brother, thank you so much, Fion. Fion, thanks so much, man. That is the coolest, most charismatic guy I think I've ever met. As I was strategizing for this series, I thought it'd be perfect to repay the man that got it all started. By paying him back his 10 Euro. Ja, aber wie will ich ihn finden? Let's fuck. Euro, ist das nicht Amerika? Er ist gerade in Irland und davor war er in UK. Und davor war er Paris. Und in Amsterdam. Oh, Bro, das ist so unangenehm, dass er so sein Gameplan auf Ernst erklärt. Und da laufen irgendwelche Grandpas rum, Alter, und mit ihrem Essen, Digger. Auf komisch. Man ist so cringe, Digger. Die Leute haben mal gesehen, wie er das Handy so hingelegt hat. Dann ist er so am Ende des Raumes gelaufen und ist dann nochmal da lang gelaufen. Bro, so unangenehm, Alter. Whoa, 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 there's a whole store in here. What in the world? Come on, Barry. You guys, we are in Dublin, Ireland. Okay. Guys, this is crazy. This is the final country before I get home to the US. I've always dreamed of coming to Ireland. I hear the country's capital is actually growing really fast. Dublin. Look, guys, I think for... Ach so, wegen Double? Oh, Mann. Björn is on his way to pick me up. I can't wait to see that man. So let's go find him. Oh, Mann. Oh, wait, it's Preston. Wie hat er die Fähre bezahlt? Naja, mit Geld halt, Bro. Also er hat halt mit Geld die Fähre bezahlt, you know? Björn! Good. Good to see you, man. Oh, we made it to Ireland. Süß. Daja, korrekt. Stell dir vor, du bist einfach nur auf der Straße unterwegs, chillst. Auf einmal kommt ein fucking YouTuber mit blonden Locken auf dich zu. Will dir ein überteuertes scheiß Wasser, was er für 50 Cent aus dem Supermarkt gekauft hat, verkaufen. Ein paar Jahre später, paar Monate später, fährt er einfach zu dir nach Hause und pennt bei dir auf der Couch. Das könntet ihr sein, Chef, wenn ich euch irgendwann mal ein Wasser verkaufen will. Aber sagt einem besser nein, sonst penne ich irgendwann bei euch. Oh my gosh! We made it! We made it to the lovely, humble abode. Guys, I think Fionn's about to give us all a tour. That was great, Fionn. That was great. Oh! Kitchen! Ryan's room for the night. Okay. Patatia! How do you smell that? Okay. We'll look it up. Digga, aber süß. I don't know where I am, but I think it's mythical. Richtig süß. Wow, what? Wow, das ist ultra schön. Holy shit. Ich will, dass du in mir penst. Chat, bitte hört auf mich, sexuell zu belästigen, okay? Jesus Christ. Okay? Können wir machen, Bro. Schreib eins. Schreib eins. What is that? What am I doing? Ticker. We're gonna cut some ferns, we please. Ticker. Sounds good. Alright guys, I got a scythe. I never thought I would say that in my life. I'm just gonna scythe the ferns. I'm just gonna scythe the ferns. I'm gonna scythe the ferns. I'm gonna scythe the ferns. Oh yeah, watch out. Oh, you're done. You're done. Das funktioniert echt nicht ganz gut. There's literally a rainbow. Wow. Dude, that is the most vibrant rainbow I have ever seen. Where am I? I'm just reaping ferns right now. With a rainbow behind me. Das ist so schön da, man. Oder? Ich liebe Deutschland, aber alleine nur naturmäßig ist es gefühlt überall auf der Welt viel geiler. Get those ferns out of here. If you're a fern watching this, run. I'm not scared of bugs. Dylan's family wants these cut down because they're gonna bring bigger equipment out here. Makes sense. You had a scythe a mile? Yeah, you'd be in trouble. No, it's fine. I love it. Bullshit. Kommt drauf an, wo du bist. Ja, okay, fair. Ich meine, du hast halt auch so Spots in Bayern und Baden-Württemberg und so. True. Ich denke nur an die großen Städte. Aber wenn wir jetzt nur die Städte gucken, das Ding ist, ich will in der Stadt wohnen. You know? Für mich ist es mehr über die Städte. Und wenn ich jetzt nur die Städte, die großen Städte angucke, dann sind schon die Städte außerhalb von Deutschland weiteres geiler. Ja, Hamburg ist doch. Hamburg Berlin ist cool. Aber, klar, wenn man jetzt mal so gegen Barcelona oder so vergleicht. Nah, I'm happy to be done. I don't know where to store a scythe. What do I do with this? Fion! 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 Fion, I'm going to turn you around on three, all right? This is going to change my life. This is going to change your life, all right? This is a YouTube video, so you know what? You know. Three. Yeah. Two. One. Oh, my God. Wow. Thank you so much. You are amazing. So you do this. I do this, yeah, yeah. That's crazy. That's impressive work. This is literally one of the prettiest views I've ever seen. It has rained and been sunny 16 times since I got here. Welcome to Ireland. That's so good. And we decided to have some fun before dinner. Oh, my God. Er spielt überall, wo er ist, spielt in this game. Holy shit. Wow, is it so kalt? Is it so kalt, da? Slonja. Is it so kalt? That means cheers in Irish, right? Yeah. Okay, good. This is soft. Yeah, soft. We just got dinner made by these two gentlemen. Thank you all so much. Oh, die Butze sieht so geil aus. No joke. Das ist das, bro. Das ist wirklich, das ist ein Traumhaus, was er da hat. Digga, mit diesem Holz und dann aber so moderne Fenster, bro. Es ist so cool. Premium Irish Beef Burgers. Marinated Chicken. Ginger and Lime. Oh, this looks insane. I had Skittles for dinner last night. Oh, my God. So, I'm going to ask you guys a question, but before that, guys, just for the record, I don't know if you fully know this, but Preston has been filming with me this entire time. He's insane. And Zach has literally just been in a dungeon editing these videos all day, every day. He's insane as well. This has been truly incredible. To see in the world has been so fun. And then traveling with my two best friends has been one of the greatest blessings of my life. Let's go, baby. Let's go. Let's go. It's been a lot of work, but I just feel so good being able to watch you guys enjoy it. Seeing all the comments. Seeing you guys love the videos. That's Zeus, man. It's quite wholesome. Let's go. Penny series, baby. What is one piece of advice you would give to your younger self? Maybe don't take it regardless. Just your youth? Yeah, I think so. Everything's a mindset. Don't sweat the small stuff. Because it ain't worth it. And I know that now. Because I've done that for many years. Deep, bro. Deep. Und dann haben sie auch noch einen guten Ketchup da stehen. And for hosting. Crazy ending to my European experience. That's for sure. Tomorrow I'm going home. Yeah. Yeah, I am. Yeah, I am. Ich wünsche, die Series würde noch länger gehen. Hey. I can't even describe to you, how long this day has felt. I feel like I've lived a week in a day. But honestly, I can't even tell. I really can't. I feel a little bit crazy. Jumping into the lake. So fun. Fionn and Saf so awesome. I know I already said it, but there's something about coming to a home. Hey, ich weiß nicht, ob wir das fühlen, aber ich bin manchmal voll neidisch über so Leute, die so einen Fick geben auf alles und dann so backpackmäßig durch die Welt travelen. Und so Leute kennenlernen auf der ganzen Welt. Und dann so sagen, yo, ich hab einen Homie, der wohnt in Irland. Yo, ich hab so einen Homie, der wohnt irgendwie in Texas, bro. You know? Das ist so sick irgendwie, I don't know. Aber ich hab auch auf der anderen Seite keinen Bock, mein Haus zu verlassen und so lange irgendwo rum zu travelen. Aber irgendwie ist das cool. Towards the end of this series, it is so rejuvenating. It is so nice. As you guys know, the whole goal of this series is to raise money for water.org. It has been incredible so far. But I am a little bit scared to check donations because we currently have 11 euros and 60 cents. And in order to catch my flight tomorrow to America, I do need some money for food, transportation, etc. So I am praying that there is not been a great reset. Ich glaube, da ist aber ein great reset. Ich glaube, wir sind noch nicht in der Folge, aber vielleicht. Aber eigentlich nicht. Oh, my goodness. We have now raised $275,961 for water.org. What in tarnation? There's been a big donation. Or multiple. No. No way. This is crazy. Mr. Beast and Feastables just activated Monopoly. Oh, shit. Stell dir vor, wir hätten 100.000 Dollar gemacht und dann muss er einfach so 30 Sekunden irgendwie sagen. Stell Strom mit seinen Hurensohn, stell Strom mit seinen Hurensohn. Fabo hat einen kleinen Schwanz, Fabo hat einen kleinen Schwanz. Äh, ja. Fuck, man wird gerade zusammenlegen sollen. So dumm. Shit. Boah, ich bin voll gern, wüsste wie die schmeckt. Hat die jemand von euch schon mal gegessen? Ne, oder? Also die Leute in den Videos sagen immer, das ist die beste Schokolade, die die je gegessen haben. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Amerikaner haben halt auch kaum Zugriff zu sowas wie Kinderschokolade. Was mit Abstand, mit Milka zusammen, die beste Schokolade ist, Bro. Wie jeder weiß. Ne, ich glaube, wir sind nicht mehr in den. Ne, Lindt ist Arsch. Lindt ist nur für Opas. Ich ziehe meine Donuts zurück. Ja, Lindt ist okay, aber ich finde Milka und Kinder Schokolade besser. Okay, wir sind in dem und nicht vielleicht im nächsten Chat. Geiles Serious, Bro. Morgen ist Finale. Wut geil. Was soll ich dazu sagen? Ich hab mehr Fans als du. Du könnt mich eigentlich nicht beklagen. Nur ein paar Wesen im Tag. Was füllst du dir ein? Ohne mich wärm deine Abonnenten.